Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 So, wir kommen jetzt zum 20.02 und es wurde eine sehr gute Ausbildung, eine stückte Augen und korrekte feste Hohen. Wir waren voll ausgebobene Rücken- und Brustbildung. Die sehr harmonisch verlaupte Schulterlinie wird für einen hohen, langen Widerlust, einen festgeberaten Rücken, sowie eine Gruppe von Wunderbarer und Händen abgebildet. Sehr gut, sehr klar, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Plassierung des Geldes, der Auslöser von Hündinnen. So, die nächste Hündin der Alpverwerbung in 2066 ist er von die Bühne gerade. Es ist ein übermittelloser, mittelkräftiger, gewaltvolles, sehr harmonisch verlaupte Schulterlinie mit leichter Anfall der Höhe von Wunderbarer. Aus guten Gewinne, vor- und sehr gewinniger und kräftig bewussten. Der Hinterhalt zeigt sich bei der Rücken der Schrittfolge. Vor- und geringen Händen, Händen, Wattetreten, sehr kraftvoll, sehr augenreifende Gänge, bei sehr guter Arbeit, mit sehr gutem Laufvermögen und Vorwärts. Der Runde für den Plassierungsröck, wer kann auslesen lassen? So, die 20.50 Uhr. Sie seht schon, ich habe hier keinen vorbereiteten Bericht, bei der Kirche des Verlusts im Norden für Läden mit einer dummisch sehr hochwertigen Nachhaltung zu verzeichnen. Dieser war bedauerlicherweise am Tage der siegerscheinlichen Rest der Verwassung und Muskeleibe hat behauptet, vor der Parastrierung in der Größe mit dem kräftigen... Der Öffel! So, herzlichen Dank, Thomas Reumann, für die Besprechung der Auslesenklasse. So, bitte, und ich platzieren euch links von meiner Seite die Siegerinnen! Der Zweiplazierte! Der Dritte! Vierte! Fünf! Sechs! Sieben! Acht! Neun! Zehn! Zehn! Zwölf! Einzehn! Läden! Ausdruck! Schau! Sieh! in der Ruhe mit einer Zucht! Tonelk! Ich bekomme hier oben hier vor... Ich sehe hier oben, wo das Herr Troff... Herr Rathus Messer... in dieser Bundeszugfahrer ihrer Dürfen... Wir kommen jetzt raus vor, ich darf den Femm ist raus. Und der Femm ist raus, ich bin raus. Jetzt ist der Leerzeit. Ja. Fein ist eigentlich. Oh, ne? Oh, ja. Das war der Klau. Oh, ja. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.